Noch ein kleiner Hinweis. Sollte ein Schwert, wie in diesem Fall, Flugrost angesetzt haben, zu lange nicht benutzt, zu wenig eingeölt, die Japaner haben ein Radiergummi dafür, ein Rostradiergummi. Mit dem bekommt man jeden Flugrost völlig problemlos weg, auch andere Verunreinigungen. Dies ist schon oft benutzt, sehr zu empfehlen. Rostradiergummi.